... aber es ist ja auch noch das nicht unterwegs, dieser Stegung wird alles auf dem Weg sein, also er kann seine Führung wie der Koggi halten, wenn es den Marathon so weiter neu geladen wird. Wartet bitte. ... hat er ja noch in der Welt, das erster ist an dem Marathon-Zugfahrt, das ist ein Kompromiss. Christoph Rangmann, hinter der Nummer 4, hat er auch gemeistert, die 3, die vorlieblich auch. Wellberg, die Zeitverfluss auf 67,64 Sekunden. Ja, und der Katharina Abel, meine Damen und Herren, der mit 88,6 Sekunden und wie ist es bei den nächsten Pferden im Wettbegriff, jetzt ist es bei den Freisteller Pferden, wie du sagst, jetzt sind die Sürde und die Punkte, wir schauen in den Punkt 6 hinein, und ich danke Ihnen als Kindernis-Grober-Tour, und ich danke Ihnen als Anspruchsvoll zu sagen, es ist Marco Freund.